Hey Leute, ich bin's, der MrSyberLP. Willkommen zu auch mal wieder seit langem, mal wieder zu einem Video. Ja, ich war ja jetzt nun, naja, was heißt relativ abwesend. Ich war ja immer mal wieder da und dann mal wieder nicht da. Also irgendwie so richtig momentan läuft's nicht so richtig regelmäßig mit meinen Videos, leider. Ja, wir sind inzwischen ein paar Sachen so dazwischen gekommen und ich hab's zeitlich dann auch nicht mehr immer so geschafft. Also ich meine damit jetzt ganz kurz, ich will ganz kurz mal auf meinem Kanal genau nachschauen, wie das jetzt so war. Also ich hab jetzt das letzte Video laut YouTube vor einer Woche hochgeladen. Ja, gut, ich hab jetzt hier nicht die genaue Statistik, glaub ich. Ich muss mal gucken, ob ich die genaue Statistiken finde, weil ich lade da vorne wieder halt ein Video hochgeladen und wieder eine Woche später erst. Aber, mh, kleinen Moment. Ja, äh, wieder da. Ich hab's jetzt irgendwie nicht ganz gefunden. Ich hab gerade mal ganz kurz nachgeschaut. Das lädchen jetzt nicht richtig, aber ist ja nun noch egal. Das tut jetzt hier nicht direkt zur Sache. Wie gesagt, ich war abwesend, weil, jetzt kommt das Große, weil, ähm, ich hatte momentan jetzt ein bisschen was noch zu tun mit ein paar Leuten. Ich hab auch wieder da ein bisschen was vernachlässigt gehabt. Dann bin ich derzeit in eine kleine Diablo-3-Sucht verfallen. Hab meinen Charakter gerade auf Level 30 gebracht, gerade durchgezockt. Hier zockt, mach gerade jetzt hier auf Albtraum. Zudem, ja, ich hab jetzt überlegt, aber heute werde ich's auch wiederum nicht schaffen mit Videos. Deswegen kommt jetzt hier so ein kleines Infovideo, dass ihr Bescheid wisst, ich versuche ab morgen alles wieder zu machen. Wieder täglich ein Video, dann halt weiter schön zu machen mit Bioshock Infinite, mit Gothic 3 und noch anderen Projekten. Eins wollte ich zwischendurch machen, also, was, ein kleines Projekt, mal wieder so ein Minigame, kann man so sagen. Ähm, aber das ging mir dann beim Installieren ging kurz und jetzt ist es wieder flöten gegangen. Was könnte ich jetzt noch kurz machen? Ähm, irgendwas wollte ich noch ganz kurz zeigen. Ach ja, ey, zu Diablo 3. Wenn einer vielleicht von euch Diablo 3 zockt, könnt ihr mich mal adden, wenn ihr Bock habt darauf. Ich muss jetzt erstmal meinen Tag raussuchen gehen, meinen Battle Tag. Mein Battle Tag ist Mr. Zero Raute 2414. Ich werd's euch nochmal in die Beschreibung stellen. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr mich gerne adden, ich füge euch da noch schön hinzu. Dann könnt ihr mit mir zocken, wenn ihr darauf Bock habt oder so. Ja, wenn da jemand Interesse hat, einfach bei mir melden. Und so ansonsten, ich bin ja sonst nicht so ein Typ, der so viele Info-Videos rausbringt. Wahrscheinlich guckt ihr hier kaum einer das an, was ich hier so labere. Wird wahrscheinlich gar niemanden interessieren. Ich kann nur, wo ich jetzt gerade mal Zeit habe, das zu machen, einfach hoffen. Ich werd jetzt wieder viel machen und kann auch hoffen, dass ich von euch mehr, vielleicht auch noch positive Resonanz bekomme. Aber, ja, jetzt bin ich wieder mit neuer Energie vollgetankt, weiter Videos zu produzieren. Und ich würd sagen, wenn ihr das hier gesehen habt, habt noch einen schönen Tag. Die EPs gehen weiter und ich hoffe, das freut euch mit frischer Energie. Ja, das war's, euer Mr. Zero LP. Ciao.